Gabriel Kelly und Malika Chumev gehören zu den Favoriten der diesjährigen Let's Dance Staffel. Immer wieder begeistern sie Jury und Zuschauer mit ihren heißen Performances. Doch der enge Körperkontakt war für Gabriel eine echte Herausforderung. Im Interview mit Sender RTL erinnert sich der Kelly Spross an die ersten Trainingsstunden mit seiner Tanzpartnerin. Malika so zu mir. Gabriel, pack mich mal richtig an. Und ich immer so. Nee, ich will nicht. Das war eine richtige Umstellung. Ich kenn das nicht. Ich bin ein bisschen konservativer groß geworden. Mittlerweile habe er sich jedoch daran gewöhnt. Doch nicht nur der Körperkontakt zu Malika bereitete ihm Probleme. Es ist halt auch hier nicht nur Tanzen, sondern auch Schauspielerei, sich in Rollen zu versetzen. Man muss so viele Facetten von sich zeigen können. Egal, ob es irgendwie sexy, ernst, traurig oder glücklich ist. Es ist unfassbar. Malika hat großes Verständnis dafür, dass Gabriel sich daran erstmal gewöhnen musste. Ich glaube, dass man sich dadurch auch selbst besser kennenlernt und sich Sachen traut, die man sich vorher nicht getraut hat. Das ist ein Prozess, in den man reinwächst. Du kannst Emotionen nicht auf Knopfdruck machen. Du musst den Tanz fühlen und das auch zulassen können, erklärt die Profitänzerin. Gabriel hat sich getraut. Und wie? Vergangenen Freitag heimste er stolze 29 Punkte für den Wiener Walzer ein.